Die Luzifers Schattenfürsten organisieren jedes Jahr gemeinsam mit der Stadt am Stetten den Campuslauf, mitten in der Stadt. Zum Fürchten und zum Bestaunen der grauslichen Gestalten sind Gäste und Gruppen aus ganz Österreich gekommen. Wir werden aufs Gruppen starten, wir wollen wieder geile Schuhe machen, einfach gleich fahren. Also ich habe keine Angst, aber Sie haben Angst. Ich habe schon Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst. Vor was? Ja, alles. Alles. Die machen Angst. Und warum seid ihr dann da, wenn ihr Angst habt? Ein bisschen Spaß haben und so. Ja, auch das Gleiche. Das heißt, mit Angst kann man auch Spaß haben? Ja. Am meisten hat man Spaß, wenn man Angst hat. Ja. Ich habe gar keine Angst, aber der Kleine war schlimm, darum sind wir da. Ja, heute der Campuslauf, wie oft sind Sie schon dabei? Wie oft ich dabei bin? Das zweite Mal. Und keine Angst? Nein. Verliert man die Angst mit den Eltern? Ja. Zumindest vor der Show behaupten viele, dass sie keine Angst vor dem Teufel haben. Als sie dann wild in die Menge stürmten, spürte man schon etwas Respekt in den Gesichtern der Zuschauer. Eines haben wir jedoch herausgefunden, die Amstettner haben hauptsächlich Angst vor einem ganz bestimmten Tier. Schlangen, ja. Also prinzipiell, wenn ich an Angst denke, denke ich an irgendwelche grauslichen Spinnern und Schlangen. Schlangen und so. Es bleiben die Schlangen, ja. Die Schlange ist es also, die die Amstettner hauptsächlich fürchten. Den Abend bei den Krampus-Truppen aus ganz Österreich genossene Zuschauer noch bis in die Abendstunden. Wenn man das hier so sagen darf. Die Tradition des Fürchtens rund um den 5. Dezember. In Amstetten wurden jedenfalls alle bösen Geister vertrieben. Da bin ich mir nun auch sicher.